hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von scarlet nexus leute freut mich dass ihr auch bei diesem let's play wieder mit dabei seid denn dieses let's play ist jetzt nicht so gehypt auf meinen channel aber es macht mir sehr viel spaß deswegen wird es auch weiter gemacht definitiv das game ist sehr sehr nice deswegen alle die das hier schauen werden ich empfehle euch das spiel sehr wenn ihr auf solche games steht wie auf persona oder sowas macht sehr sehr viel spaß ja wir sind mitten an der mission und sind kurz vor dem ziel also gehen wir direkt hin oder warten wir gar nicht so lange denn ich hab bock leute ich hab bock ich will weiterspielen die story ist gerade sehr sehr nice für mich finde ich eigentlich also ganz interessant deswegen will ich direkt weitermachen ich hoffe ihr habt auch bock schreibt das gerne mal in die kommentare leute okay ein item nice ja sehr sehr nice spiel macht sehr viel spaß und schauen was passiert jetzt oder schauen wir mal was jetzt passiert ich bin gespannt müssen hier rein glaube ich okay nice leute nice so wir haben und wir können ja okay wir gucken eigentlich links wie viele heal items wir haben aber können wir jetzt erst machen okay sechs davon zehn hier von okay jetzt dafür okay das ist eigentlich ganz gut haben wir nicht schon mal ne war für dich ich bin Fubuki-Len-Tai-Tchau, wie du mit dem Bläin-Tauk-Toch呼st? Ich kann mich nicht sagen, dass ich mich nicht sagen kann. Ich kann mich nicht sagen, dass ich mich nicht sagen kann. Arashin, ich kann mich nicht sagen, dass ich mit Fubuki-Len-Tai-Tchau verabschiede. Ich glaube, dass ich es sollte. Aber ich kann mich nicht sagen, dass ich mich nicht sagen kann. Ich bin okay, ich bin alle. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Fubuki, Kodama! Was sind Sie? Ja! Sie sind! Kassane? Und meine Frau... Ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Ja, Fubuki. Alle, wenn sie ihn schiefen, dann wird es so. Was ist das? Was ist das? Nein, ich bin... Ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Das war's für mich. Wenn ich mich zu Kallen verletzeile, dann könnte ich mich auf dem Hymuka. Ich bin ein sehr dankbarer Wort. Aber ich wollte euch das vor kurzem sagen. Was ist das, was der Wunsch der Wunschkagel? Ich weiß nicht, was der Wunschkagel? Natürlich. Das ist ein Wunschkagel-Wunschkagel. Was ist das, was ich mit dem Wunschkagel? Kann ich auch nicht? Wir waren mit Karem mit den Medien und Karten, um die Überzeugung zu tun, dass sie die Überzeugung von Schuss zu steigen. Ich habe das Gefühl, dass er die Karten und die Schuss von Schuss von Zeilen beschäftigt. Und ich muss das damit umgekehrt. Ich habe das Gefühl, dass wir das mit Karem und Karten zusammenkennen, dass wir mit Karten mit den Schuss genutzt werden, und dass wir mit den Schuss-Lüge nutzen wollen. Was ist das? Kodama? Das ist das, was ich? Wir haben eine Menge Kodama getötet. Warte, warte. Warum sind Kodama zwei Kodama? Was ist 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 Kodama? Das ist sicher. H Pioneer ist eine große Herausforderung. Sie sind ein Kodama. Ich bin Kodama. Sie ist ein Kodama. Ich will mich背chen und würde mir ein Zeug machen. Was ist ein Kodama? dass ich so, was das gemacht habe. Es ist ein Kodama. Keinen kann Krein schützen Götle unterenyaern. Ich glaube, es ist nicht möglich. Ich glaube, es gibt natürlich auch noch einen Mann. Ich glaube, es ist nicht möglich. Ich glaube, dass Fubuki eine Art und Weise verabschiedet wird, und es ist nicht möglich, dass es nicht möglich ist. Aber ich glaube, dass ich es nicht möglich ist. Ich glaube, dass ich mich für mich nicht verabschiede. Das ist ein ganzes Zeug. Ich habe schon ein paar Jahre getrunken, oder? Ich bin ein paar Jahre alt. Ich habe auch schon einen Moment gelegt, oder? Ich habe schon einen Moment gehalten, nicht? Ich bin Yuta-Melone. Ich bin die Mutter von Koldam-Nirate. Ich bin die Frau von Koldam-Nirate. Ich bin die Frau von Koldam-Nirate. Aber ich habe mich nicht mehr so viele Mal gehalten. ...eine sollte man nicht berühmert. Du bist aber auch eine Frau von Koldam-Nirate. Was ist das? Huh? Meine Frau? Die Figur der Bein wie Hüseyin gemacht hat mit einem Zeug mit dem Übermachrause Hüseyin! Ich glaube, es kann nur mich daran nachdenken! Das schreckliche Erfolge ist kaum ein Leben, bitte. Er ist noch nicht, dass ich die Schwung in Christen nicht gesehen habe. Ich habe mich über das Ende ausgedruckt, im Hintergrund von Hüseyin gehalten. Also, dass ich mich immer noch nicht so lange mache, aber ich habe immer noch etwas zu tun. Ich sage das Taakodama, das ist doch gar nicht so viel zu viel zu sprechen. Das ist das nur die Einführung des Staats der Auslanden. Ich will also auch noch an einem Analysen und werfe, die in einer Krieg und damit auch an der Krieg? Diese Frage ist es doch nicht wahr. Aber, wenn ich die Geheimnisse des Geräts und meine Geschmacks, dann muss ich sterben. Ich bin auch schon ein paar Spiele. Es ist schade, aber ich schaue hier. Ich schaue das nicht, ich schaue das nicht. Ich habe eine andere Szene, aber wir haben es schon gesehen. Die Herren sind von uns. Ja, wenn ich das habe, dann kommen wir doch. Aber was ist das hier? Wir haben es schon gesehen. Aber wir haben es schon gesehen, aber wir haben wir doch was anderes. Auch mit Kodama hier. Waren wir auch schon hier an der Stelle. Jetzt sind die Geraderei. wir haben ja schon gesehen aber ne ist eine andere szene mit der erzählgeschwester anscheinend von kodama also es gibt zwei davon was ziemlich nervig ist weil alleine war sie schon stark deswegen guck mal wie es jetzt läuft ja hoffen wir mal das beste oder hoffen wir mal das beste ok das fängt schon mal nicht gut an leute das fängt schon mal nicht gut an das fängt schon mal ganz und gar nicht gut an das gefühl aber wie kriegen das hin leute wir kriegen das hin ganz gechillt ihr wisst bescheid so kurz heilen ok das war ja nicht so gut hey hey ich kann nichts machen euch ich kann nichts machen ok gut aber ihr standby geht schnell weit runter das ist ja der nahe ich schon mal die gute letzten hey hätte komplett hops genommen oh nein nein ok ok irgendwas passiert irgendwas kein plan was passiert ich bin mir ein bisschen fokussiert ihr merkt ich bin mir ein bisschen fokussiert ihr merkt ich spiele die gegner wieder aber ich ging das hin und ich ging das hin definitiv mein plan ist halt zumindest mal eine besiegen ne nicht nur nice zwei sind schon nervig ne zwei gegner sind halt schon echt nervig ja wir haben die ultimate ich weiß leute wir werden die mitstand hier vielleicht nutzen aber lass uns jetzt mal ein bisschen so weiter was machen ok ah shit das war gewastet obwohl ne doch nicht gegen eigentlich noch gegen eigentlich noch gegen eigentlich noch diese perl attacken sind halt heftig wenn die will nicht wiederbeleben oh es war doch schon geschafft leute ne ey ich mach gar nichts ne ich bin verwirrt ok das hat leider einiges ey keine chance leute keine chance alleine ne ey keine chance leute ey wir können nicht wiederbeleben ich hab mich glaube ich alleine ne ey keine chance Leute keine chance Deswegen, ey, würde ich jetzt mein Ultimates finden, ne? Ich bin jetzt ja alle nix. Komm, let's go! Hoffentlich hilft uns das nochmal, aber mal gucken. Ich bin nur so sicher, ob das nochmal was werden kann. Aber schauen wir mal. Okay, die können einfach ausweichen, nice. Ja, okay, vielleicht bringt's ein bisschen was, aber nicht so viel, wie ich mir erhoffe. Oh shit, oh oh, was ist, äh, nicht gut. Wir können wiederbeleben, ob nicht jetzt. Ich hab doch wiederbelebt, Leute, ich hab doch wiederbelebt. Okay, endlich mal einen wiederbelebt, danke schön dafür. Na gut, wir müssen halt nach rausgehen wieder. Ey, schade, das war nicht so gut, Leute. Das war nicht so effektiv, wie ich mir jetzt vorgestellt habe. Aber okay, das mach ich komplett scheiße. Ging doch eigentlich. Wie wird die geklont, oder so? Nein. Wo ist die andere, oder da? Die haben wir schon fast gedau'n, oder gedau'n, mehr oder weniger. Ja, geht denn schon, ja, weiter diffusieren, ja, nice. Okay, wenn wir eine besiegen können, wäre schon mal nicht schlecht, ne? Wenn wir eine besiegen können, wäre schon mal nicht schlecht. Also, das macht gut damage, nice. Das hat sich gelohnt. Okay. Ah, nice, okay, beide gleichzeitig. Nice nicht, aber sah cool aus. Da, auf jeden Fall, sah cool aus. Gut damage, gut damage, uh, war da ordentlich viel rein, hier, die. Nice. Das gefällt mir, das gefällt mir sehr gut. Gut damage hier. Aua. Wilder Kampf, wilder Kampf, Leute. Ich hoffe, ihr seht, was solltet ihr checkt irgendwas, denn ich checkt ihnen gar nichts, ehrlich gesagt. Oh shit. Oh shit. Oh, ich muss gut chill'n bisschen. Ich war ein superer Blick wieder, oder? Was meint ihr? Ey, das ist eine gute Taktik, oder? Nein. Das ist zu heftig. Nein. Keine Hau, ich mach das auch. Mach mal so jetzt, so kann man gut wiederbeleben, ja, so ist nice, eigentlich, ne? Mit Hyperspeed. Ey, das finde ich gut. Nice. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das funktioniert sehr schön. Hätte ich auch früher drauf kommen können, eigentlich, ne? War ein bisschen... Besser spät als nie, Leute. Besser spät als nie, ne? Ah, das ist schwierig. Bist wiederbe, perfekt. Nein, 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 Alter, was? Ey Leute, ihr habt es gesehen, ich hätte sie finishen können, ich habe es damit nicht geschafft rechtzeitig. Schlecht, das war schlecht, einfach so schlecht, egal, wir machen es nochmal. Ja, Leute, ich brauche jetzt die Tims, ich höre es doch, ey Leute, gut, ich glaube die Takt ist gut, wenn man auf eine fokussiert ist, und man hat sich das gar nicht mehr schlecht angeführt. Wenn man beide trippt, ist das auch gut, dann ist das auch nice, aber ich glaube der Ziel wird sein, eine komplett hopfen, das wäre ganz gut eigentlich, wenn wir das Gefühl, ja. Aber jetzt bin ich ein bisschen drin, Leute, jetzt bin ich ein bisschen drin, wir kennen ein bisschen das Movement von den beiden, deswegen hoffentlich können wir jetzt gewinnen. aber schon stärkerer Bock gehen ja bisher, ne, also stärkst du bisher, glaube ich. Schon, äh, ja, schon Tag, so schön, ne, ne. Und es war wieder sehr gut, hält mich sehr, sehr gut. Ich muss mich, ich muss treffen, ey, treffen bitte. Danke, danke dafür. Meine Stunts. Jetzt haben wir schon gesehen, Leute, das skippen wir. Okay, beide Stunts sind wieder voll nice. Also, das hat sich ja, ne. So mag ich nicht gerne, sag ich jetzt ehrlich. Aber egal, komm, nicht aufnehmen, alles cool, alles cool, das haben wir auch schon gesehen. Wir haben unser Ultimate auch übrigens, ne, wieder, sehr, sehr schön, danke dafür. Wir heilen uns mal, dass er ist. Und dann sind wir ready, Leute, ready, nein, okay, wir haben unser Ultimate, ne, okay. Und dann wäre es so schnell. Krass, das ist crazy man. Das ist crazy, wenn man immer so, ja man wird so takt gesmashed. Die ganze Zeit. Ein bisschen nervig, aber gut. Schwierig. Schwieriger Boss-Fight. Für mich. Jetzt reicht nichts, bin es dann leider noch nicht. Jetzt aber, nice. Oh, endlich mal wieder. Okay, Ultimate, die haben wir auch. Die werde ich gleich aktivieren, wenn die fertig sind. Geht mir tief. Aber es macht schon Sinn. Ja. Ja. Wir müssen jetzt ein bisschen rennen, Leute. Ein bisschen rennen. Ein bisschen safen. Und dann vielleicht unsere Leute wieder im Bläh mit Arashi. Hyperspeed. Okay. Probieren wir es mal. Na, das könnte reichen. Ja, das reicht. Das reicht. Gut. Noch 17 Sekunden, Leute. Das haben wir jetzt eigentlich. Dann werde ich meinen Ultimate aktivieren. was sind. Ah, nicht mehr Treppen. Lass uns gehen. Okay. Jetzt sind wir ready to go, Leute. Let's go, Yome, let's go. Ah, nice, 33, 3. Ah, nice, 3. Hey, that's not so nice, I didn't want it, but I can't do anything. Can we do anything? Can we do anything? Hey, it's up again. Hey. 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 Vielleicht wird es ein Overkill? Kassane will ich wieder nach Hause kommen, aber... Meine! Ich bin Kassane! Ich bin Kassane! Ich bin Kassane! Was ist das? Was ist das? Das ist das Wink! Das ist das Wink! Das war's für ein Dasein. Das war die Anruf des Dasein. Ich habe einen Kasten mit der Kasten. Ich habe mich schlafen. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, das ist das meine Schleunsch. Was ist das? Ich habe mich überlegt, dass ich mich nicht verletze. Ich habe mich nicht verletzt, aber ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Das war's für euch, also. Ich werde dir, dass ihr euch verletzt. Kassane-O-Ne-Sama, wir sehen uns wieder. Das ist das, wenn wir viel Spaß haben. Das sind die Leute, die Teleport haben. Ich habe viele Sachen gemacht. Entschuldigung. Das war's für heute. Ich bin ein Wunder, was für mich zu retten. Meine Frau? Was sagen Sie? Ich werde mich an diesen Menschen verletzen. Das ist nicht so. Ich habe die Kraft der Kain, ich bin ein. Ich bin ein, nicht ein. Sie können alle arbeiten. Das war's für heute. 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 Ob sie wirklich tot ist, ich weiß nicht, Leute. Bevor wir da hingehen, würde ich jetzt erstmal die Items einsammeln. Ich weiß, es passt jetzt ein bisschen von der Atmosphäre nicht. Aber ich weiß ja nicht, ob ich die noch bekommen kann dann später. Deswegen, komm, lass uns die erstmal einsammeln. Dann gehen wir zu Naomi hin. Hoffen wir, dass sie nicht gestorben ist. Aber mal gucken. Mal gucken. Legen wir auf jeden Fall ein paar Items. Nein, kann ich gar nicht. Na gut, wir gehen hin. Ah, okay, dann müssen wir gehen. Okay. 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 Das war's für heute. Aber gut, dass wir wiederholfen, dass wir uns nicht mehr verletzen sind. Meine Frau, du hast du krank, oder? Du hast du krank. Du hast du krank. Du hast du krank, oder? Du hast du krank. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Ah! Ka-Leon? You... where are you from? Ah! I have to go to wrong... Ha-ha-ha. Ka-Karen? Das war's für mich. Was er schon? Was er noch heute? Ich werde wieder weitergehen. Yui, woher du jetzt schon? Er hat es verletzt. Das ist ein Moment. Das war's für mich. Vielleicht ist das Yui? Wenn man die Zeit-Tabler und die Kuhnadu-Gate関連 hat, dann kann man die Zeit-Tabler mit der Zeit-Tabler zu machen, dass die Kuhnadu-Gate mit Kassane und Yui die zwei Werteidigte haben. Aber, warum ist die Zeit-Tabler mit der Zeit-Tabler? ... ... ... ... ... Wer ist das, Alice? Karen ist alles gut. Wenn man die Red Strings benutzt, dann könnte man die Kuna-Do-Gate nicht mehr schlafen. ... 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 Ich glaube dass die Karte ist... ...und schlussendlich ... ...eine ... ...drucken ... ... und ... ... dass die Karte der Karte kreiert ... ... und ... ... und ... ... und ... ... sie haben ... ... sie haben ... ... und so zu verhindern. Möchens, ich habe nicht die Karte der Karte ... ... und ... ... und ... Ich weiß es nicht, aber ich werde mit Yuito telefonieren. Das heißt, dass die Yuito jetzt in der Anruhe des Anruhe des Anruhe des Anruhe des Anruhe des Anruhe. Anruhe? Das ist wirklich das? Ja. Ich habe den Anruhe des Anruhe des Anruhe des Anruhe des Anruhe des Anruhe. Ich habe den Anruhe des 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 Was ist das, was ich? Kassane? Ist das okay? Ist das okay? Ich glaube, dass Yuyto ist. Ich habe auch Angst, dass Yuyto ist. Das ist das, was ich. Ich werde Yuyto救en. Ich habe noch keine Erfahrung. Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr dabei bin. Ich kann mich nicht mehr helfen. Entschuldigung. Ich danke dir, bis zum Schluss. Ich danke dir. Ja, ich bin okay. Wir gehen. sehr viele cutscene sehr sehr schöne cutscene hier meine omi und kasane sehr sehr traurig auch natürlich ja sie ist jetzt leider tot das ist natürlich sehr sehr traurig deswegen ist auch diese mission jetzt weg sie zu retten und wir haben jetzt eine neue mission ja war eine sehr sehr coole cutscene auf jeden Fall mir sehr sehr gefallen auch wenn wie gesagt sie ein bisschen traurig war ja leute aber das war es jetzt mit der folge ich versuch das alles bis zu mich zu ordnen was ich gerade so gesehen habe und da hören wir uns in der nächsten folge wieder da geht es weiter ich bin gar nicht sicher wo wir jetzt schon sind ein bisschen das gefühl dass wir uns dem finale nähern mehr oder weniger mal gucken wo das auch hinführt mir macht das sehr viel spaß und ich hoffe euch auch lasst gerne mal ein like da würde mich auf jeden fall freuen und ja danke an alle die bisher geliked haben und kommentiert haben und natürlich den channel abonniert haben das ist sehr sehr nett vielen vielen dank dafür und ja in diesem sinne würde ich sagen bis zur nächsten folge das war jetzt mal eine längere folge heute und ja ich hoffe ihr seid dann bei der nächsten wieder mit dabei würde mich auf jeden fall freuen in diesem sinne haut rein machs gut und bis zur nächsten folge und ja haut rein ciao